Hallo, mein Name ist Daniel Schmidtbauer. Ich bin Service Delivery Manager bei Microsoft und in der deutschen Security Community bei Microsoft aktiv. In dieser Videoserie möchten wir Ihnen Services vorstellen, die unsere Kunden im Thema Security unterstützen können. Heute habe ich meinen Kollegen Dominik Gursch dabei. Er wird uns etwas zum Thema Advanced Threat Detection Fundamentals erzählen. In diesem Service zeigen wir den Kunden, wie er entweder Azure Advanced Threat Protection oder Advanced Threat Analytics nutzen kann, die Unbremsvariante von Azure Advanced Threat Protection. Dieser Service ist mehr oder weniger um festzustellen, ob ein Angreifer im Unternehmen ist und ob Basics von Credential Theft Attacken ausgeführt werden. Das heißt, sind Accounts kompromittiert oder Passwörter kompromittiert und Co. Und damit kann man das sehr gut auch herausfinden mit diesen Services. Es ist ein Drei-Tages-Engagement, wo wir dem Kunden erklären, wie Advanced Threat Analytics oder Advanced Threat Protection läuft. Advanced Threat Analytics ist Unbrem, Advanced Threat Protection in der Cloud. Und erklären dem Kunden, wie er es quasi aufsetzt, wie er es installiert. Es gibt da tendenziell größere Unterschiede, je nachdem, ob man es anbremt oder in der Cloud verwendet. Und es wird dem Kunden nähergebracht. Wenn du das Ganze dann auch in einer Pre-Production Environment, das heißt in einem Lab mehr oder weniger, um dem Kunden das Ganze auch etwas spielerisch näher bringen zu können. Das heißt, dass er da etwas rumprobieren kann und auch mal testen kann, ohne etwas kaputt zu machen dabei. Des Weiteren werden in diesen drei Tagen dem Kunden erklärt, wie er auf gewisse Alerts reagiert. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil auf unterschiedliche Alerts muss man unterschiedliche Reaktionen quasi setzen. Dabei ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir dem Kunden sehr eindeutig erklären, wie er einen Incident Response Prozess aufzusetzen hat oder das überhaupt einen aufzusetzen hat. Sollte er noch keinen haben, weil wenn man solche Monitoring Tools einsetzt, man wird früher oder später irgendwas erkennen, da muss man korrekt darauf reagieren. Könnte zum Beispiel auch ein Fals-Positiv sein. Also das sind alles diese Themen, die man in diesen drei Tagen High-Level mal durchgeht mit dem Kunden. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, der Kunde hat in einem Lab-Environment die Möglichkeit, sehr viel auszuprobieren, sehr viel rumzuspielen, ohne sofort eine Produktion zu beeinträchtigen. Und das zusammen mit einem unserer Ingenieurs. Der Ingenieur erklärt ihm dann auch sofort, wie er korrekterweise auf einen Alert zu reagieren hat. Beziehungsweise kann dem Kunden auch erklären, warum es ein Fals-Positiv sein könnte. Also es sieht aus wie ein Angriff. Es ist aber tatsächlich keiner, weil es vielleicht eine Fehlkonfiguration oder sowas ist. Das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Außerdem wird dem Kunden quasi nahegelegt, wie er dieses Produkt, je nachdem ob Advan Threat Analytics oder Advan Threat Protection in seiner Umgebung implementieren kann. Kann man sofort mitdokumentieren und hätte dann mehr oder weniger einem Playbook, wie er das in seiner Produktion einbringen kann. Das ist eigentlich der größte Benefit von diesem Engagement. ��� entwickelt werden kann, weil es jetzt begegnen. So bleiben wir entities hinzufgnüren.